Na, ist es wieder da? Ah, jetzt hat es wieder. Hitbox. Warum magst du mich nicht? Hitbox. Nö, nö. Ja, ja. Passt schon, Hitbox. Alles in Ordnung. Na, warten wir mal, bis es sich wieder erholt hat. Ich sehe gerade, Deutschland liegt bei den Olympischen Winterspielen im Medaillenspiegel vorne. Nö. Ach so, so meinst du. Okay. Joa, cool. Ist jetzt... Bleibt es vielleicht auch... Hitbox oder Twitch. Hängen oder Würgen. Wo bleibt... Ja, wo bleibt die fähige Konkurrenz? Eher nicht. Da ist so eine Marktlücke. Ich habe gerade nicht den Traffic... Um selbst sowas zu hosten. Wie paar... Peter bald im Monat oder so. So, wie ist es? Läuft es jetzt? Weil angeblich läuft es bei mir. Seid ihr da? Ich hab es wieder da. Unholy-Wanni weg. Ja. Unholy ist ja komisch. So, ich kann es nur wiederholen. Das hängt einfach an Hitbox. Ich tue überhaupt nichts. Ich stream ganz normal weiter und dann... ...bringt OBS plötzlich an Pop-Up. Stream Disconnected. Reconnecting in 5... ...4... ...3... ...und dann läuft er wieder weiter. Das... ...weiß der Henker warum. Hoppala. Ah, jetzt habe ich das Headset gehauen. Weiß der Henker warum Hitbox meint, dieses tun zu müssen. Regt mich auch ziemlich auf. Ja, ich glaube es auch. So, es ist nichts passiert. So hoch kann ich nicht springen. Oh, da geht mein Ding wieder aus. Da geht mein Ding aus. Wo ist es? Oh, da ist es. So, ich habe volles Leben. Das heißt, von daher ist es ja schon mal okay. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Irgendwie um diese Pilze oder was auch immer Plattformen drum herum springen. Da haben wir schon eine. Und wo ist die nächste? Da oben. Ja, ich glaube da haben wir eine Route, die funktionieren könnte. So. Das sieht ein bisschen hoch aus, um von da nach da zu springen, oder? So, von da nach da. Dann geht das. Bitte, ich will echt einen Speicherpunkt. Ich verzehre mich dringend nach einem Speicherpunkt, ehrlich. Oh. Oh. Mann, war das Zeit. Gott, hatte ich Angst. Sehr gut. Jetzt geht es wieder besser. Jetzt ist es wieder gut. Okay. Hier bin ich hergekommen. Und hier war ich doch auch schon mal. Ach so, aber diese Brücke hat falsch gestanden. Jetzt komme ich oben aus diesem Brückenraum raus. Gut. Ihr seid tolle Tiere. Gebt mir Munition. Guti, 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 guti. So, ich will... Hier lang? Ja, hier lang. Hier raus, und dann... Hier bin ich hergekommen. Sei doch mal lieb. Wo lang denn? Hier lang, hm? Auch wenn ich fast nur schwarz auf schwarz sehe, aber... Okay.